Ich weiß, viele sagen immer, bei richtigen brutalen Horror, dann habe ich immer echt, dann sehe ich ein bisschen gestresster aus. Aber so, wenn Pau und die Schnu mit mir zusammen sind, dann ist immer alles gut. Ne, Schnu? Ne, Pau? Kann das sein, dass du gemütet bist? Ich höre sie nicht, weil ich rede mit ihr und sie reden nicht mit uns. Hört ihr die Schnu? Ja, ich höre sie. Ich höre sie auch nicht. Ich höre dich nur nicht. Vielleicht ist das wieder so ein Game, habe ich sie gehört. Kann sein, dass das wieder so ein Ladebug ist, wie bei Mette beim letzten Mal. Ja, bei Mette ging es weg. Haufen wir es mal. Äh, ist der Dachboden, ne? Hm, wo warst du das? Ja. Achso, für den Stromdienst meinst du, okay. Ja. Ich habe EMF und Quatschbox. Also, ich erkläre mir noch mal ganz kurz diese Kommige, wo ist denn das Disco-Ding? Wo ist das Teil? Das Dotz, hier oben. Und? Ah, und dann klebe ich das in die Wand, dann leuchtet das grün und was muss das dann machen? Der Geist kann der durchlaufen. Und dann leuchtet der oder was? Und woran erkenne ich das denn? Muss ich das sehen? Der läuft, der rennt da durch wie so eine weiße Silhouette. Du kannst es mit einer Kamera sehen, du kannst es aber auch so sehen. Achso, okay. Also hätte ich dann eigentlich davor stehen müssen. Ja, du würdest das antworten. Habt ihr, war das denn eben schon gewesen? Habt ihr das irgendwie nicht gesehen gehabt? Ja, das war es aber, ja. Ja, wir haben es jetzt geistert gesehen. Da warst du, glaube ich, gerade nicht gebraucht. Ja. Achso, ich habe mich immer versteckt. Du siehst dann auch so eine weiße hellblaue Gestalt rumrennen, wenn ihr da durchgelaufen müsst. Achso. Achso. Die rennt durchwenden und alles. Die rennt einfach einmal so da drüber. Okay, okay, okay. Das ist cool. Gefällt mir. Äh, hier nehmen wir das Temperaturding mit. Warum haben wir das jetzt eigentlich geändert, die Farbe? Warum ist das Ding jetzt blau? Ich fand das orange besser. Hallo, hast du Heizung an? 7 Grad. Nee, noch nicht. 5 Grad. Es war gerade 5 Grad im Eingangsflur. Ab jetzt zählen die Temperaturen erst. Ach, stimmt. Ja, hast du angemacht. Okay. Dann jetzt, äh, äh, im Essaal 3 Grad. Sonst magst du es wegwerfen? Ja, wenn sie hat Freiheit, einfach ausfassend. Ah, okay. Ähm, möchte jemand saure Gurken? Nee, lass mal los. Sag jetzt nicht, du magst keine saure Gurken. Doch, aber wohl gerade nicht. Saure Gurken mit Nutella, das ist voll lecker. Eke. Hört ihr mich über das? Ich hör dich. Ich hab dich grad gehört. Schnu ist da. Oh, das war der Geist. Ach, jetzt über das Mikro geht. Über das geht. Oh, hier war grad Gefriertemperatur. Ganz kurz. Da! Ist grad was lang geflitzt. Hier war grad kurz Gefriertemperatur irgendwo. War das hier? Ja, hast du hier drin gemessen? Im Klo? Hier ist zwei, ein Grad. Pau? Minus ein Grad, hier ist es. Ja. Hier in dem Zimmer. Hallo? Ja? Ja? Okay. Hier. Was ist das immer? Was ist das immer? Ist mir so geil, wenn die Pau immer... Ne, das war jetzt das Radio, glaub ich. Ach so. Hä? Bist du da? Luna, runter! Gib uns ein Zeichen. Luna, ist der Geist? Äh, Dex, das mit dem Hören, das mit dem, dass du schnulig hören konntest, das ist irgendwie ein Bug. Das regelt sich auch von alleine mitten in der Runde, hast du ja jetzt mitbekommen. Gefrier übrigens, Leute. Ja, gefrier. Da kommt gar nicht mehr von wegen, äh... Ja, gefrier. Da kommt gar nicht mehr von wegen Dinge, ne? Äh, du hast jetzt zwei so ne Zeichen, du hast da so nen Geist und so nen X. Oh, er schreibt ins Buch. Gross. Habt ihr das nicht gehört? Der kritzelt richtig. Man sieht sogar, wie der reinmalt. Ich hab's leider nicht gesehen. Äh, Geister. Ja, der Raum muss es hier. Der Raum muss es hier. Ich glaub, die hören dich jetzt auch normal wieder. Wo bist du? Ach so. GMF 5. Ich glaub, du musst einmal B oder sowas oder so aktivieren. Geisterbox geht nicht. Geisterbox geht nicht. Geisterbox geht nicht. Geisterbox geht nicht. Pizza für Jonas Wagner. Na? Es ist doch schön. Ich mach EMS 5. Fingerabdrücke und Geisterorb. Ich hol mal, äh, äh, Dingsbumslicht. Hier. Pornolight. Nehmen wir auf. Wie nimmt man das nochmal auf? So. Einmal aufgenommen. Was soll ich noch? Oh, Geisterorb. Das ist cool hier mit dieser Cam. Mit HDMI Eingang. Aha. USB. Aha. 4K. Oh, hi. Na? Na, Mädels? Na? Na? Wollt ihr auch auf Instagram? Ne, danke. Was? Nein. Äh, Own Defense? Äh, Own Defense? Own Defense? Own Defense? Soll ich dich alleine lassen? Du redest da so ganz gemütlich mit dem Geist und so? Ich hab mit dem Streamers. Du hast mit wem geredet? Stream. Ach, bist du? Ach, du bist auch online? Hab ich doch. Das hab ich dir doch geschrieben. Ich hab nur, äh, nach DVD sowas gesehen Pausebildschirm gemacht. Ach so. Äh, wo hast du das geschrieben? Ich hab Pausebildschirm gemacht und hab dann gewartet. Wo hast du denn das geschrieben? Bei dir im Chat? Oh, das hab ich nicht gesehen. Ich ignoriere dich doch immer, wenn du was da bei mir schreibst. Ja, guck mal wegen dem Fingerabdrücker. So ein Ohrpapier ist nicht gewohnt. Fingerabdrück nix. Der hat ja noch nicht gehandelt. Der hat ja gar nichts gemacht, der Kollege hier. Der ist ja ganz ruhig. Ich will, da pusten Sie meine Kerze aus. Dann schreib mal da ganz kurz noch was bei mir in den Stream, Leute. Pusten Sie die Kerze aus. Geht doch mal rüber zum, zum Benni. Blase an der Kerze. Okay, ich lass euch mal kurz alleine dich und... Wow, und der macht es. Ciao. Hahaha, geil. Wir lassen dich mal mit dem Geist, ne? Dann tschüss, ne? Ist das grad romantisch, ne? Oh nein! Warum macht ihr das? Hilfe! Nein! Oh warum? Ey! Ah! Tadam! Es hat ein Tschゅ geh zu... Ah! Wussi... Leute, Schnu ist in die Toilette gefallen! Komm wieder raus! Schnu! Komm wieder raus! Ich bin weg. Alles okay, Leute. Schnu ist doch nicht in die Toilette gefallen. Oh mein Gott. Schnu hat Bodyguard markiert für mich. Ja, hier ist es von einer anderen Sicht. Tschüss. Schuh. Schuh. Hä, handelt der auch handelt der nicht? Bei mir flackert es nix. Bei mir stimmt aber irgendwas nicht. Rabe ich voll nett. Leute flackert bei euch das Licht wenn der wenn der handelt. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört mich jemand bin ich tot? Hört ihr mich gut? Hallo hallo? Hallo? Ich hab mich gehört. Ich höre nix. Hörst du den Dex? Hörst du den Dex? Nein. Ach man. Das ist doof. Die hören mich nicht mehr. Was ist denn das für... Das ist ja... Back, back repariert. Back wieder reingebaut. Ach doof. Die hören mich. Oh, ist neu. Was machst du denn du da? Das ist ein schlechtes Versteck. Hörst du mich? Ach man. Hörst du mich? Die hören mich nicht mehr. Plötzlich hat mein Mikrofon einfach jetzt im Spiel einfach ausgesetzt. Und dann war ich weg. Okay. Ich weiß nicht was da los war. Okay. Voll bescheuert. Ich war jetzt gerade eher beschäftigt mit dem Mikrofon gerade. Und dann hat er gehandelt hier in dem Raum. Und dann habe ich mich einfach in die Ecke dargestellt. Ja. So ein an, aus, an, aus und dann hat es flackert halt wirklich. Ah. Schade. Ja. Haben wir eigentlich alle, alle Hinweise jetzt gehabt? Ich glaube der... Ich glaube der... Ich glaube Beny hat ein Orb gesehen gehabt. Revenant vielleicht. Nee, Geisterbuch und Gefriertemperaturen haben wir. Aber ich meine, der hat gesagt ein Orb. Nee, er muss nach einem Orb gucken. Orb oder EMR5. Achso. Achso war nicht Fingerabdruck? Hm. Was? Verwirbe ich nicht. Ich weiß es gerade nicht. Warte, der ist aufgemacht. Ach man ey. Der macht hier an der Tür. Der soll mal nach Fingerabdrücken gucken. Der macht hier an der Tür rum. Ja, wir können ja nichts mehr machen hier. Ja, wir warten auf den Geist. Wir können auch, wir können Sachen schmeißen. Mhm. Aber es ist voll dunkler geworden. Haben wir das noch? Ja. Aber... Es ist nicht mehr so hellblau, ne? Es ist nicht mehr so hellblau, es ist voll dunkel geworden. Es ist schon ein ganzes Stückchen gruseliger. Ja. Ja. Oh doch, man kann das Bier, man kann das Bier noch nehmen. Ja? Das ist wichtig. Bier ist immer gut. Das ist immer gut. Ah stimmt, da gibt es doch das Kreuz. Ach man kann immer... Ach stimmt. Das kann absplittern, ne? Das Kreuz kann versplittern. Äh... Das hab ich schon mal gesehen. Das war... Das war beim letzten Update, glaube ich auch schon so. Ja, ich wollt's nur sagen. Fingerabdruck. Ich glaub nicht, dass ein Fingerabdruck machen wird. Ich glaub, das wird doch... Ja, Warpon... Also, EMF 4 war das höchste, was ich gesehen hab. Ja. Das hab ich abgenommen. Sollen wir mal gucken, wie die Kamera? Ich bin auf. Hm. Mach ruhig. Okay. Ich will hoffen. Dass wir den Geist noch mal sehen. Sollte das... Ich dachte, das ist gut. Das ist gut. Ich dachte, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Er werft das hier unter das Stativ so. Also vor den Baum. Genau. Perfekt. Ja. Ich lass mal kurz das Licht an. Ja. Dass er eventuell handelt und dann das ausmacht. Komm, das Licht ist eigentlich immer ausmachen? Er soll mal an die Tür. Hat der jetzt die Tür angeguckt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der hat nach Hand, äh... Fingerabdrücken geguckt. Ja. Hm. Aktuell keine... Sag mal. Jetzt hat er mich gekillt. Jetzt... 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 Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr. Hallo. Hallo. Herr... Hallo, Mr. Geist. Ich gucke. Ach so. Das nur... Das Licht flackert nur, wenn der Geist in der Nähe ist. Ach so. Das ist... Ach so. Das ist böse. Das hab ich mich nicht ganz gerafft eben. Weiß noch nicht. Ich hab dich grad nicht verstanden. Der hat gerade doch nur geworfen. Aber ich hab keinen Ohr. Danke für die 100 Pitti Spoiler. Äh... Da hinten rechts von dir ist ne Dose, die rollt die ganze Zeit. Vielleicht da mal. Aktivität steigt. Sinkt. Der Donald Brown. Donald Brown? Bist du da? Das sind... Das sind Ex und Schnu, die deine Quatsch machen. 100. Nein! Hört auf zu lügen! Nie im Leben! Oh! Oh! Ist der cool! Es wird nicht höher als vier. Hast du gesehen, er stand nie mehr? Ja, er war voll alt. Das sah aus wie der Almöli von Heidi. Also ich hatte den Opa, ne? Ja, das war das höchste. Ja, ich hatte den Opa, ne? Ja, das war das höchste. Haben wir nur den Geist kurz gesehen. Was hast du gesagt? Haben wir nur den Geist gesehen? Oder hat der Benni den auch gesehen? Den Geist? Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall stand der neben hier. Also der hat es uns einfach gemacht mit den ersten zwei Hinweisen. Und danach hat er sich so gedacht, ja jetzt habt ihr ein Problem. Ja. Vielleicht mal ein Licht anmachen. Vielleicht macht das so aus. Für den Fingerbruch. War auch schon eine Idee. Donald Brown. Nein, Donald Trump heißt er. Donald Brown. Donald Brown. Donald Duck. Donald Duck. Okay. Kein Finger. Hup. Alter. Der ist da hinten am Stuhl. Wer ist, wer ist? Nein, Mann, ich wollte ein Foto von dir machen. Das geht nur auf hier. Auf hier, ne? Ah, die machen ja voll coole Mucke noch dazu. Oder was soll das für geräusch sein? Wie heißt der Film nochmal? Wall Street, ne? Kennt ihr das? Ich glaube Wall Street mit bla 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 und Leonardo DiCaprio. Kapello. Oh. Der kommt irgendwie immer nur wenn der Benni kommt, ne? Also, und Absolutely ist er weiter weg. Ja, ja. Kein Bock auf die. Das war die Melodie von Freddy? Ich würde sagen, es ist ein Shade. Ich würde sagen, es ist ein Shade. Weil Shades sind schüchtern. Es könnte sein, ja. Der war aber bei mir nicht so schüchtern. Und bei dir auch nicht. Das stimmt. Der freundliche Opie von nebenan. Der schneidet bei dir die Henke, wenn du nicht da bist. Wenn du im Urlaub bist. Und du? Was machen wir denn jetzt hier? Ja, ich weiß. Da war er weg. Da war er weg. Aber kommt es dann hin, dass es ein Shade ist? Vor diese Kiste am Gesicht. Und ich glaube, es ist wirklich der Shade. Ja, aber Geist wird nicht jagen. Und mehrere Menschen zusammen sind. Das ist halt falsch. Ja, ja. Und da trägt sich auch ziemlich viel. Also. Ach, der kommt wieder von da hinten, oder was? Nee, oder? Oder kommt der wieder von oben? Wo startet der? Der müsste wieder oben starten, oder? Der ist oben im Zimmer. Geht da erstmal hoch auf den Dach. Okay. Jetzt beschwere dich doch nicht immer so. Wie ist das? Ziemlich eigenartig, was er für Kopfbewegungen macht. Das war's schon. Was? Was nun? guten abend die urinals guten abend 12 freddy kommt vorbei aber ich hoffe dass das war doch kein freddy musik hello irgendwie gefällt mir dieses statt dieses das blaue war auch nicht schlecht das ist ein bisschen gruseliger als man sieht als geist weniger aber ist okay hast du die sprutifix mit das hier hier liegt nämlich eins wenn du noch einen platz frei hast irgendwas musste mal getan haben nichts nichts wo kommt das denn her wo kommt denn der sound gott ihr habt ihr es gerade gehört irgendwie kam gerade bei bei pao aus ihrem mikrofon so keine ahnung so das ist ihre katze das hat sich im hintergrund ich habe auch vorhin schon gehört ach so ich das hat sich gehört wie so eine durchsache manchmal findet man jetzt auf der mann reden würde ach so ja sie hat ach ich sag dazu jetzt nicht da ist jemand noch zu besuchen ach so okay da habe ich glaube ich habe ich gerade stimme männliche stimme gehört so verstecke ich mal kurz oder bilden oder loving oder weil gem 21 ja jetzt ist er Saat Jetzt ist er dran. Er hat Glück gehabt. Vorbeigelaufen. Vorbeigelaufen. Geist, komm mal her. Ey, Geist. Wir sind ja jetzt auch Geister. Wir sind ja eigentlich jetzt... Wir sind doch jetzt Freunde, oder? Jetzt können wir aufhetzen. Ey, Geisterbrudy, komm mal zurück. Der ist hier in dem Raum. Der läuft eigentlich immer eher zu seinen sauren Gurkenglas. Der Gurk wird immer noch ein bisschen da. Der Benni, der streamt auch gerade. Ihr könnt gerne beim Benni vorbei. Dann freut der Benni sich. Haben wir noch irgendwo einen? Hier liegt noch ein, wie weißt du? Drei. Oh, da ist er. Die Bunt. Es wird nicht höher als vier. Da kam doch eine Feuerwehr, die Musik. Ja, ja, der sucht das Lied. Ich hab gar keinen Taschenabend an sich. Es wird nicht höher als vier. Ja, dann ist es nicht EM. Dingsbums, dann ist es. Dann ist es doch ein Shade. Der ist auch, finde ich, eher viel zu schüchtern. Eins, zwei. Voll schlecht gelaunt. Oh, das heißt, das sieht aus wie der Tod. Oh, tschüss, Benni. Scheiße. Tschüss, es ist ein Shade. Wie es umgefallen ist. Bleh. Schön. Schön. Hallo. Die ganze Zeit. Wie die Pau weggelaufen ist. Wo ist die Pau? Oh, doch, da hinten ist er doch. Vor Gott sagen. Pau verlässt uns jetzt. Go, Pau. Go, Pau. Also, ich sag jetzt, es ist EMF 5. Ja, oder? Ich fahr da los. Habt ihr alle irgendwas angetragen? Ich glaub ich nicht. Ich denk mal, es ist ein Shade. Der ist mir viel zu schüchtert, find ich. Ja, nee, EMF ist es auch ein bisschen ideal. Also, ich glaub, es ist EMF. Ich sag auch, Shade. Bringt aber sowieso nichts für uns, oder? Oder haben sie was geändert? Wir kriegen auch Punkte. Nee, wir kriegen auch Punkte. Wir kriegen Punkte auf, wenn wir tot sind. Wir müssen halt... Pau, danke schön, die auch. Guten Abend. Shade, yes. Also, irgendwie fand ich das gerade so nervig. Ich war mitten im Reden und ich hab plötzlich irgendwie bemerkt, dass ihr mir keine Antwort gebt. Und dann hab ich geredet und gedrückt und gedrückt und ihr habt mich nicht gehört. Und dann war ich mit meinem scheiß Mikrofon beschäftigt und dann hantet der in dem Kackraum. Ich hab mich da nur in die Ecke gesetzt und hab versucht, mich da zu schützen. Aber in dem Raum, wenn er gehantet wird, wenn er da einmal startet, bist du direkt tot. Bin kurz, Pipi. Ich will hoffen, dass sie diesen Bug beheben mit dem Mikrofon. Ich auch. Das ist doof. Der ist schon ein bisschen nervig. Der nervt, ja. Weil mittendrin einfach so im Spiel, dass das Mikrofon einfach aussetzen und ihr hört mich. Warte mal, B und... Also, next, jetzt kannst du mal gucken, ob du was dazulegen kannst, weil mir geht echt das Geld aus. Ja, ja. Obwohl, warte mal, ich mach jetzt sogar mal eine Sparrunde. Dann kann ich das alles wieder entfernen, ja. 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 Ja.